Ja, da gab es hoffentlich einen kleinen Schnitt. Wenn nicht, ist er doof, muss ich halt zum Nachhinein schneiden. Da fällt die Kanone einfach mal nach unten. Und ja, später kommen die dann wieder. Naja, also gut, die Kanone muss man hier erscheint wieder zusammensetzen. Und anscheinend jetzt auch aktivieren. Dann? Da kann man ja auch noch mehr in die Luft jagen damit. Ne, sieht nicht so aus. Ähm, ja. Dann hab ich den Jack dabei. Ups. Ich brauch mal dich. Hm, funktioniert aber nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Schauen wir mal weg hier. Sicher. Ähm. Ich hab aber doch sicher den Kleinen dabei, oder? Das Kind, der Kleine? Ne, sieht nicht so aus. Ne, da brauch ich so einen kleinen Typ mit einer Mütze. Den ich aber nicht dabei hab. Den ich aber nicht dabei hab. Und da ist wieder einer doof. Danke. Ich sterbe gerne. Ach so. Ich brauch mal schnell eine Fackel. Hallo. Gib dir mal bitte die Kanone frei. Ähm. Naja, dann bau hier schnell was zusammen. Danke. Damit kann ich aber auch noch eins kaputt machen. Ach so, das schon. Aber das andere krieg ich damit nicht auf, oder? Ne. Das ist fies. Das ist fies. Ich hab keine Waffe. Gut, ich hab beide Kanone abgefeuert. Okay, da kann man nichts machen. Ähm. Mal wieder den hier. Passiert hier noch mal was, wenn ich was... Ah. Ah. Oh, naja. Ich bin auch manchmal... ...etwas... ...stubel. Aber gut. Das sollte kein Problem für euch sein. Ah, das war zu hoch. Ich glaub das ist jetzt des. Und dieses Schiff sollte hier mit in den Strudel geraten. Zwischensequenz. Boom, boom, boom. Und er hat einen Schlüssel. Und er macht einen Köpfer. Und Jack sitzt sogar an dem Fass. ... und zu spüren. Oh nein. Ah. Ah, ah, ah. Okay. Gut, jetzt habe ich den hier wieder zurück. Darf ich dich mal bitte? Okay. Dann verschwinden wir hier mal drinnen. Dann haben wir dann ein paar Punkte rein. Das kann ja nie schaffen. Hallo? Nee, nicht weggehen. Hier brauche ich den Jack, aber den Jack habe ich ja jetzt auch wieder. Tschüssi. Fail. Kann ja mal passieren. Hier. Wow. Neh, ich bin schon wieder losgekommen. Ist ja auch nicht die Laufwass. Ah, ja, ja, ja. So ist das so. Oh, ja, ja, ja. Das ist das so. So 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 ist das so. Ist das so. Bisschen, wo ist hier hochgekommen? So, jetzt gehen wir aber nochmal hier hoch, weil da gab es scheinbar irgendwas. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber man kommt nicht hoch. Ach, das liegen an der Punkel. Also hoch kommt man da nicht. Habe ich jemanden mit einer Pistrude? Hast du wirklich eine Pistrude? Nee, ganz zufällig nicht. Ach, hier muss es doch noch was geben. Oder was meint ihr? Gut, wir nehmen jetzt nochmal dich. Gibt's hier irgendwas für mich? Außer ein paar schäbige Punkel? Nee, oder? Ah doch, ich habe hier noch so ein Skelett-Pich gesehen. Eine Muschel. Warte mal. Also ich nehme jetzt hier mal die Kapitän Elisabeth. Und wir gehen jetzt mal hier hoch. Ah. Hallo, ich freute mal dich hier. Ich schlag dich gerade. Den müssen wir jetzt wohl verfolgen. Aber da. Tschüss. Ja, doch den wollte ich ja eh. Ja, da haben wir dann kein Leben abgezogen. Hm, das war nicht so erfolgreich. I can see you. Habe ich dich jetzt? Bitte? Ist ja doch nicht tot. Tot, hoffe ich. Oder? Juhu. Null Punkte. Aber wir sind ja jetzt hier noch im Strudel. Ah, das ist aber schlau. War das jetzt schon das Ende? Nein. Oder doch. Das wäre ja schon das dritte Ende. Und er wird nicht getroffen. Der Strudel-Level abgeschlossen. Das war das letzte Level. Und wir haben noch ganz genau zwei Minuten. Vielleicht. Schafft es. Reicht das ja für einen Abspann. Mal sehen. Gehen. Ja komm, das Wurst. Wir waren eh nicht gut. Irmann haben wir einen goldenen Stein. Hoffe ich. Jo. Und Geschichte beenden. Hallo? Du hast eine Minute 40. Ich weiß nicht. Tschüss. Und jetzt ist sie da alleine. Und was macht sie? Was ist denn da drinnen? Hm. Ich glaub, sein Schiff wurde geklaut. Hm. Ja, damit haben wir auch den dritten Teil durchgespielt. Und da jetzt die Zeit eh so gut wie rum ist, würde ich sagen, schauen wir uns den Abspann nicht mehr ganz an, sondern ich drück einfach mal auf Eingabe. Jetzt haben wir das Ganze schon 31,8% geschafft, was ich nicht glaube, denn wir haben nur noch einen einzigen Film. Gut. Ja komm, das wollen wir uns nicht reinziehen. Und wieder im Ladescreen sage ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Lego Pirates of the Caribbean. Und bis dahin, haut rein. Ciao. 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 Ciao.